Hallo, hier spricht Mendel Singer, direkt frisch von der Bühne des Burgtheaters, in der Garderobe, in der Pause von Hiob. Möchte ich euch sagen, dass mich das sehr freut, dass der Dolmetscher jetzt auch im Club zu sehen ist. Und ich wünsche euch viel Vergnügen mit meinen Filmempfehlungen und für heute Shalom.